Was ist die Ausbau der Verbundleitungen? Weitere Investitionen in diese Verbundsysteme, sie rentieren sich, sie zeigen gerade jetzt in schwieriger Situation, dort wo investiert wurde in die Verbundleitungen, ist die Wasserversorgung sehr gut abgesichert, weil wir eben auf Grundwasserreserven insgesamt in großer Menge in Vorarlberg auch zurückgreifen können. Natürlich geht es auch hier darum, ein Appell an die Bevölkerung in diesen sensiblen Gewässern nicht unbedingt noch Wasser zu entnehmen. Jede Wasserentnahme mit einer Pumpe oder einem Schlauch ist an sich wasserrechtlich bewülligungspflüchtig. Da muss ein Antrag an die Bezirkshauptmannschaft gestellt werden. Also das ist auch der Appell in diesen sensiblen Bereichen. Aber wir haben auch hier bei den Abflüssen, bei den großen Gewässern, Pregenzerach, Dombönerach, Rhein und Ill immer noch genug Wasser und haben auch die bisherigen Minimalwerte noch nicht erreicht. Schiffe Blütsch 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 Und haha Sö Gör Blütsch Vielen Dank.